Das sieht gut aus. Sehr gut. Dann herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Wie schon gesagt, heute sprechen wir mit unserem Partner Centric über die digitale Personalakte und wie sie mit Tierarchivierung ein perfektes Lösungspaket bildet. Ja, in Zeiten der digitalen Transformation stellen viele Unternehmen ihre Systeme auf Hybrid oder Cloud um. Und natürlich ist die digitale Personalakte eine sehr gute Möglichkeit, unkompliziert und effizient Mitarbeiterdokumente zu verwalten. Und doch diese Speicherung in der Cloud kann natürlich auch zu Vorbehalten führen. Und an dieser Stelle kommt TIA, der Intelligent Archive, ins Spiel. Denn durch die neueste Technologie von TIA Core können die Welten von On-Premise bis Cloud gleichermaßen bedient werden. Und das natürlich datenschutzkonform und revisionssicher. Damit werden natürlich beide Welten, der HR-Fachbereich und die IT-Abteilung gleichermaßen glücklich gemacht. Sprechen dazu werden heute unsere Experten. Kleinen Moment bitte. Genau. Sprechen dazu werden heute unsere Experten. Und zwar Philipp Robbes von Centric und Jochen Brost von KGS. Und Philipp Robbes ist Sales Manager bei Centric und 32 Jahre jung. Er arbeitet seit 2021 bei Centric. Und seit 2018 beschäftigt er sich schon mit der Digitalisierung von Personalprozessen. Immer in einer Art Fachvertrieb oder Sales Consultant. Zuvor schloss er ein Masterstudium im informationsorientierten BWL ab. Und das macht ihn natürlich heute zum absoluten Experten, wenn es um das Thema digitale Personalakte geht. Jochen Brost ist Partnermanager bei KGS und als Diplom Informatiker bereits im zehnten Jahr bei KGS. Hat jedoch bereits 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Archiv, DMS und ECM. Bei KGS ist er zuständig für die Betreuung unserer strategischen Partner. Mein Name ist Katharina Gerber. Ich bin Partnermarketingmanagerin bei KGS und begleite Sie heute durch das Webinar. Vorab noch ein paar organisatorische Dinge. Sie können wie immer Fragen stellen. Das gesamte Webinar über. Dazu nutzen Sie bitte das Fragentool im Chatpanel. Dann wird das Webinar die gesamte Zeit in Ton und Bild aufgezeichnet, sodass wir Ihnen im Nachgang die Aufzeichnung zur Verfügung stellen können. Und natürlich ist nach dem fachlichen Teil noch genügend Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten. Doch bevor wir jetzt mit Jochen in den fachlichen Teil starten, haben wir noch eine Umfrage vorbereitet. Denn uns würde eine Frage brennend vorab interessieren, wie Sie Ihre Personaldaten zurzeit archivieren bzw. speichern. Dazu würde ich eine Umfrage einblenden. Philipp, kannst du kurz Rückmeldung geben, ob die Umfrage zu sehen ist? Ja, die Umfrage ist gut. Und zwar würde uns interessieren, wie speichern oder archivieren Sie Ihre Personaldokumente? Tun Sie dies in Papierform, in einem Archivsystem, im SharePoint oder vergleichbaren Plattform, in einer SAP-integrierten On-Premise-Personalakte oder in einer Cloud-basierten Personalakte? Dazu würden wir Sie bitten, Ihre Maus in die Hand zu nehmen und die für Sie richtige Antwort anzuklicken. Und wir warten noch ein paar Minuten, bis alle die Möglichkeit hatten, diese Umfrage zu beantworten. So, es kommen noch ein paar. Genau, dann an dieser Stelle würde ich jetzt die Umfrage schließen. Und übertragen. Ist die Umfrage, die Umfrageergebnisse, sind die jetzt zu sehen? Ja, das sind die Umfrageergebnisse. Sehr gut. Okay. Und hier kann man sehen, 10% machen die Ablage noch in Papierform, 30% in einem Archivsystem, 20% im SharePoint, 30% in SAP, integrierten On-Premise und 10% in Cloud. Vielen Dank für die Antworten und nun würde ich sagen, wir starten in den fachlichen Teil. Ich übergebe an Jochem und wir müssen heute leider ein bisschen an diesem Platz switchen. Deswegen mache ich jetzt frei und übergebe an Jochem. Ja, vielen Dank, Katharina. Sorry nochmal von meiner Seite auch. Wir hatten heute ein bisschen Probleme mit einem Rechner, also genau mit meinem Rechner. Deswegen sitzen wir hier in einem Büro zu zweit, was wir normalerweise nicht machen. Das heißt, ja, wie gesagt, leider war die Tonqualität bei meinem Rechner so schlecht, dass wir das tatsächlich wechseln mussten. Und ich würde jetzt aber in den fachlichen Teil einsteigen. Es geht ja um das Thema intelligente Archivierung, beziehungsweise generell um das Thema Archivierung. Also wie werden Personaldokumente abgelegt, sodass sie auch sicher verwaltet werden können. Also insbesondere in der Cloud, beziehungsweise, dass sie halt entsprechend sicher bei Ihnen erscheinen. Wir als KGS sind... Bitte einfach noch den Bildschirm wieder teilen mit dem Foliensatz. Ja. Sieht man jetzt unsere Folie? Wunderbar, danke. Also wir als KGS sind mittlerweile seit 25 Jahren, oder mehr als 25 Jahren, in dem Bereich Archivierung tätig. Und wir sind Spezialisten für das Thema SAP. Also wir bewegen uns ja hier in dem Umfeld, also in dem SAP-Umfeld. Und vielleicht noch so ein paar Eckdaten dazu. Wir haben derzeit so um die 500 Kunden im Bereich SAP Archivierung. Wir sind exklusiver Zertifizierungspartner der SAP schon seit 2005 für das Thema Archiv-Link, ILM. Wir sind Ramp-Up-Partner der SAP für das Thema CMES. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Das ist so ein relativ neues Thema im Bereich SAP. Ja, und unser Hauptgeschäft ist tatsächlich so die Ablösung von klassischen Dokumentenmanagementsystemen im SAP-Umfeld. Wie gesagt, seit ungefähr 25 Jahren im Markt. Und ja, sehr erfolgreich in dem Thema SAP-Archivierung. Ich entwende immer das Thema Archivierung. Und Sie haben ja vielleicht schon häufig das Thema DMS oder ECM gehört. Also die klassischen ECM-DMS-Systeme machen einfach noch ein bisschen mehr als das Thema Archivierung. Und die Frage ist tatsächlich, braucht man das im SAP-Umfeld? Also im SAP-Umfeld ist es so, dass ganz viele Funktionen von SAP selbst bereitgestellt werden können, die redundant in DMS-Systemen abgebildet werden. Das Einzige, was SAP so nicht bietet, was man im SAP-Umfeld, ich sage mal, vergeblich sucht, ist halt tatsächlich eine Archivierungslösung. SAP hat da zwar entsprechende Schnittstellen zu, aber selbst, ich sage mal, eigentlich keine richtige Archivierungslösung im SAP-Portfolio. Die DMS-Anbieter allerdings haben ganz viele Funktionen integriert. Das heißt zum Beispiel auch Workflow-Systeme, die es aber auch im SAP gibt. Und das Problem ist, wenn man im SAP oder ein SAP-System mit Workflow-Systemen verbindet, muss man immer Daten raus aus SAP bringen, in das Workflow-System rein und aus dem Workflow-System wieder ins SAP rein. Und das ist relativ kompliziert und das ist auch vor allen Dingen bei den Rechten relativ kompliziert. Das heißt, es bleibt bestehen, dass ein DMS-System im SAP-Kontext eigentlich eine ganze Menge Oberheit hat, der weder nicht genutzt wird oder wenn er genutzt wird, doch zu vielen Problemen führt. Und deswegen ist es so, dass im SAP-Umfeld tatsächlich nur eine fokussierende Archivierung notwendig ist, um halt die Funktionen bereitzustellen, die der Anwender letztendlich braucht. Denn er will ja nicht in einem separaten System recherchieren, wenn er nach Dokumenten sucht, sondern er will ja letztendlich immer aus seiner Umgebung heraus arbeiten. Und es gibt halt auch im SAP-Umfeld ganz viele Partner, die auch spezielle Funktionen zur Verfügung stellen. Und das ist ja genau das, was wir heute im Prinzip mit der Centric mal vorstellen wollen. Das heißt, man bewegt sich im SAP-Kontext, kann aber trotzdem zum Beispiel bei Centric eine volle Personalakte bereitstellen, die auch letztendlich alle Features bieten, die man ansonsten separaten im DMS-System sucht. Das heißt, es ist gar nicht mehr notwendig, tatsächlich immer aus dem SAP heraus zu wechseln und dann wieder ins SAP-System rein, wenn man halt entsprechend arbeiten will. Und das ist genauso unser Ansatz. Das heißt, wir haben ein Archivsystem, was hinter dem SAP ist und die Funktionen einfach bereitstellt, die SAP braucht, aber letztendlich die Funktionen nutzt im SAP-Umfeld, die nach vorne zum Anwender letztendlich die Oberfläche darstellen. Von den Referenzen ist es so, wie gesagt, wir haben so 500 Kunden ungefähr in diesem Umfeld. Und da ist aber jetzt, man kann jetzt nicht sagen, wir haben den speziellen KGS-Kunden, den gibt es eigentlich gar nicht, sondern das sind alle Kunden, die im Wesentlichen ihren Hauptfokus auf SAP legen. Und das ist dann wirklich beliebig jede Größenordnung. Also wichtig ist für uns halt, dass der Kunde SAP einsetzt. Und wenn der Kunde SAP einsetzt und das auch in den wesentlichen Unternehmensteilen, dann ist das auch ein sehr, sehr guter KGS-Kunde. Und diese Überlegung, die wir eben angestellt haben, braucht man ein Dokumentenmanagementsystem, haben die Kunden von uns beantwortet. Nein, man braucht es nicht im SAP-Umfeld, sondern es reicht im Prinzip, eine saubere, sichere Archivierung zu haben, die dann letztendlich genau mit dem SAP-System zusammenarbeitet. Das ist letztendlich einfacher für den Anwender und auch einfacher für die IT, denn man muss sich nicht mit diesen ganzen Overhead-Funktionen herumschlagen. Und aus dieser Überlegung heraus haben wir, ja, wir nennen das hier Produktsuite. Das heißt, wir haben einfach das SAP um Funktionen ergänzt, die die Archivierung ermöglichen und auch einfacher machen. Es gibt so Themen wie Migration. Migration, wir haben also eine vollautomatisierte Migration von klassischen Dokumentenmanagementsystemen in unsere Systeme rein. Das funktioniert über die standardischen Stellen von SAP und deswegen auch komplett automatisiert. Wir haben aber auch so Funktionen wie Input Manager, das heißt, dass Sie Dokumente von außen ins SAP-Systeme reinbringen können. Wir haben FUR-Komponenten, wir haben Scan-Komponenten und wir haben auch eine Oberfläche im SAP, um zum Beispiel auch Aktenlösungen darzustellen. Das ist jetzt nicht so umfangreich wie eine Centric-Lösung, die eine digitale Personalakte mit ganz vielen Funktionen zur Verfügung stellt. Aber für so eine, ich sag mal, die Papierakte in SAP darzustellen, da kann man auch eine Lösung von uns einsetzen. Das ist das Zahler. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Unsere wesentliche Komponente ist der Content-Server. Das heißt, das ist ein Ablagesystem, das auf den standardischen Stellen von SAP beruht. Das heißt, SAP stellt einfach gewisse Schnittstellen zur Verfügung, hier im Prinzip genannt Archiv-Link. Das ist auch momentan noch die Schnittstelle im SAP-Umfeld, die für Dokumentenarchivierung notwendig ist. Dann gibt es das Thema ILM, Information Lifecycle Management. Da geht es darum, Themen wie DSGVO zu bedienen und eine neue Schnittstelle im SAP-Umfeld, das ist das Thema CMIS. Die gibt es zwar schon sehr lange, diese Schnittstelle, aber sie wird für SAP immer wichtiger, weil SAP darauf aus ist, ganz viel Peripherie an ihr SAP, ERP anzuschließen. Man denkt einfach daran, dass SAP auch in den letzten Jahren verstärkt solche Sachen gekauft hat oder Firmen gekauft hat, wie zum Beispiel Ariba, C4C, Leonardo. Es gibt also ganz viele Systeme drumherum um das SAP und das verlangt einfach auch, dass SAP sich öffnen muss, die Dokumente nicht alleine im SAP-System halten kann, sondern sie muss auch diesen Applikationen Dokumente zur Verfügung stellen. Und dafür ist einfach die CMIS-Schnittstelle extrem gut geeignet. Nach hinten oder nach unten bieten wir einfach Storage-Lösungen oder beziehungsweise die Ablage in Storage-Lösungen an und da ist es erstmal egal, ob es jetzt On-Brems-Lösungen sind oder Cloud-Lösungen. Auch hybride Ansätze sind da interessant, also insbesondere vielleicht für Fachabteilungen, die ihre Dokumente nicht in die Cloud ablegen wollen. Da ist es natürlich durchaus möglich, diese Dokumente auch im Fachbereich auf den Server zu legen, sodass sie da halt sicher verwaltet werden können und nicht nach außen gehen. Das bietet alles unser Content-Server. Ja, dann hatte ich eben schon mal das SADOC angesprochen. SADOC ist eine Oberfläche, die es ermöglicht, Dokumente im SAP so zu verwalten, dass sie quasi in Aktensichten angezeigt werden. Der grundsätzliche Gedanke von SAP ist es eher, die Dokumente während der Bearbeitung schnell zur Verfügung zu haben. Das heißt, es gibt letztendlich eine Funktion Dienste zum Objekt und da können Sie tatsächlich dann Dokumente anzeigen, die Sie gerade bearbeiten. Was ein bisschen schwieriger ist, ist so Übersichten zu bekommen. Also ich schaue mir mal eine gesamte Personalakte an. Das ist im SAP so eigentlich nicht vorgesehen. Das kann man aber mit SADOC darstellen. Das heißt, man kann, wie Sie hier sehen, letztendlich so eine Aktenlösung darstellen. Das ist, wie Sie das auch aus der Personalakte kennen, eine Registerstruktur, wo dann halt entsprechende Dokumente drunter liegen und die können dann im SAP angezeigt werden über SADOC. Das ist aber keine Personalakte im Sinne dessen, was Centric bietet, nämlich eine Personalakte, die zum Beispiel Sie bei einem Bewerbermanagement unterstützt oder bei Vorstellungsgesprächen oder wo Sie Schreiben im Prinzip rausgeben können. Sondern hier geht es tatsächlich nur darum, die Dokumente, die normalerweise in einem Aktenordner landen, tatsächlich in so einer ähnlichen Form auch im SAP darzustellen. Das kann man hier in so einer Aktenstruktur, wie Sie hier sehen, so wie so eine Baumstruktur im Explorer. Das geht aber auch so, dass ich halt einfach diese Suchbegriffe eingebe und dann letztendlich eine Trefferliste angezeigt bekomme. Also das hier sind die Dokumente, die sind Suchbegriffen, die Sie hier oben eingegeben haben, entsprechend. Und dann kann man die halt entsprechend aufrufen, ausdrucken, mailen, also im Prinzip alles das machen, was man so aus klassischen Dokumentenmanagement-Systemen kennt. Wir haben aufgrund dessen, dass die SAP sich nach außen öffnet, haben wir auch in den letzten Jahren oder im letzten Jahr, eigentlich sogar, vielleicht letzten zwei Jahren, eine neue Version geschaffen. Das heißt, auch unser System wird offener und bietet mittlerweile die Möglichkeit, halt Cloud-Systeme anzuschließen. Das ist doch eine Cloud-Native-Software, kann aber auch on-premise gefahren werden. Wir sind da ganz offen, was das deutsche Thema anbelangt und es ist auch so, dass wir natürlich on-premise genauso gut anschließen können. Und man kann das, wie ich eben schon mal gesagt habe, auch Hybrid fahren, sodass man zum Beispiel kaufmännische Dokumente in der Cloud ablegen kann. Also Personal-Dokumente könnte man aber auch on-premise ablegen, wie zwar sogar in der Abteilung selbst. Nach vorne hin bietet unsere Applikation verschiedene Schnellstellen an. Das heißt natürlich das AKF-Link, typisch um Dokumente aus SAP abzulegen. Und hier geht es im Wesentlichen um Massendokumente. Das Thema ILM, wie gesagt DSG, DSGVO-konforme Ablage von Dokumenten. Und auf der anderen Seite hier das Thema CMIS. CMIS erlaubt es halt auch, dezentig zwischen verschiedenen Applikationen zu kommunizieren, Dokumente auszutauschen. Und genau auf diese Weise ist auch eine Lösung wie die Centric-Lösung eingebunden an KGS, beziehungsweise umgekehrt die KGS-Lösung an die Centric-Lösung. Und mit diesen Systemen kann man halt sehr flexible Architekturen bauen. Also ich hatte eben schon mal gesagt, dass wir sehr stark aus dem Thema SAP kommen. Das heißt, wenn wir uns rein im SAP-Umfeld bewegen, wie wir das hier oben sehen, dann bedienen wir halt diese Schlichtstellen aus SAP. SAP-Dokumente werden abgelegt in TIA, können dann on-premise oder in der Cloud abgelegt werden, aber die TIA-Komponente verwaltet dann tatsächlich die Archive aus dem SAP herum. Vorteil ist, man bewegt sich komplett in der SAP-Umgebung, muss diese nicht verlassen, kann einfach diese ganzen Funktionen nutzen. Jetzt ist aber zunehmend auch die Idee von Kunden an uns herangetragen worden, auch die Non-SAP-Welt zu bedienen. Das heißt, die meisten Kunden haben zwar 90, 95 Prozent ihrer Dokumente in der SAP-Welt, aber es bleibt dann einfach noch gewisse Rests übrig. Das heißt, letztendlich Dokumente vielleicht, die in einer CRM-Umgebung leben, die in einem Leonardo liegen, die in einer Einkaufsplattform sind oder vielleicht eine Projektakte oder falsche Dinge. Und da bieten wir einfach Schnittstellen an, um genau diese Komponenten an TIA anzubinden, sodass sie letztendlich vom Komfort her genauso eine Anmutung haben wie im SAP, nämlich, dass sie gar nicht ihre Anwendung verlassen müssen, aber letztendlich Dokumente dann in einem Zentralarchiv ablegen können. Das heißt, wir haben eine ganz klare Schnittstelle dazu und mittlerweile, hier steht jetzt Rest, aber mittlerweile sind diese Schnittstellen sehr stark CMIS-basiert. Das ist eine Möglichkeit, tatsächlich sowohl die Dokumente abzulegen, als auch Metadaten auszutauschen, Metadaten als Suchbegriffe zu dokumenten. Und letztendlich ist es mit solchen Stichern auch möglich, aus anderen Applikationen SAP-Dokumente anzuzeigen. Also durchaus auch mal eine Rechnung in einem CRM-System. Oder tatsächlich Personaldokumente vielleicht einem Vorgesetzten zur Verfügung zu stellen, der gar keinen Zugang zu SAP hat, der vielleicht eine andere Möglichkeit hat. So haben wir jetzt auch, das ist auch eine relativ neue Entwicklung, zum Beispiel SharePoint mit unserer Lösung connected, so dass wir in der SharePoint-Welt uns bewegen können und die Dokumente aber sicher, und da gibt es das Wort revisionssicher, das heißt also auch so abgesichert abgelegt werden können, dass sie einer Wirtschaftsprüfung genügen. Das heißt, Dokumente unveränderbar abzulegen, eine Versionsverwaltung zu haben, auch das ermöglicht hier in so einer SharePoint-Umgebung, so dass wir dann halt auch das Tier nutzen können, unabhängig von SAP oder auch kombiniert SAP und SharePoint zusammen. Das heißt, das löst einfach das Thema, dass Kunden, die jetzt nicht alle SAP-Zugang haben, auch Dokumente verwalten können und unter Umständen auch Dokumente aus einer SAP-Umgebung in so einem SharePoint anzeigen können. Das sieht dann so aus letztendlich. Wir haben dann Dokumente, die zwar im SharePoint angezeigt werden, aber archiviert sind in unserem System, so dass wir die Dokumente sicher verwalten können, aber im SharePoint einen Link haben und dann können wir wieder aus der SharePoint-Umgebung auf die Dokumente klicken und sehen die genauso, als würden die noch originär im SharePoint liegen, sind aber sicher archiviert im Tier-System. Also auch damit lassen sich natürlich Workflows und Aktenlösungen gestalten, aus dem SharePoint heraus. Ja, und dann ist diese Folie, die wir eben schon mal gesehen haben, da ist das Thema BTP, spielt hier eine Rolle. Also SAP hat eine Business Technology Plattform, die originär CML spricht und über diese BTP lassen sich dann halt Applikationen mit dem Tier verbinden. Und genauso ist auch das Centrix-System, das sehen wir hier, also wir müssen das jetzt uns mal genauer anschauen, zum Beispiel SAP SuccessFactors und da haben wir dann zum Beispiel eine Centrix-Lösung integriert, so dass Centrix auf unsere Archivierungslösung zugreifen kann, die Dokumente da ablegen kann, eine Vision sicher ablegen kann, letztendlich aber in der Centrix-Umgebung recherchieren kann. Ja, und das war es einfach erst mal so zum Thema Archivierung, reine Archivierung. Ich würde jetzt einfach an den Philipp übergeben, der Ihnen dann auch die Centrix-Lösung näher bringt. Ja, vielen Dank. Dann übernehme ich auch einmal den Bildschirm. Genau, ich würde den Philipp schnell zum Moderator machen, so dass er dann auch die Präsentation teilen kann. So, ich hoffe, man sieht was. Genau. Ja, also einmal ganz kurz hier einleitend sozusagen das Centrix-Portfolio. Wir sehen jetzt hier die vier verschiedenen Bausteine letztendlich. Im ersten Bereich natürlich die Dokumentenprozesse. Das heißt, das ist da, wo auch sich letztendlich die digitale Personalakte der Centrix einsortiert. Darüber hinaus haben wir hier auch die Möglichkeit, ein Modul zur Dokumentenerstellung namens Centrix-Document-Bilder bereitzustellen. Ein Modul für die Zeugniserstellung, also einen speziellen Use-Case sozusagen, einen fachlichen Anwendungsfall, wo wir dann dementsprechend auch, ja, Zeugnisbausteine, juristisch geprüfte Zeugnisbausteine eben für die Zeugnisverstellung mitliefern. Und wir haben da eine Lösung namens Centrix-Paste-Lipbox Plus zur Bereitstellung von entgeltrelevanten Dokumenten, digitale Bereitstellung, unter anderem eben auch an gewerbliche Mitarbeiter, die vielleicht gar keinen EDV-Zugriff heute bei Ihnen haben, also die Authentifizierung über eine private E-Mail-Adresse, mit einem privaten Endgerät, um die eigenen Gehaltsnachweise oder Lohnsteuerbeschein, Dürfmeldungen etc. sich anzeigen zu können. Genau, im zweiten Bereich hier, SuccessFactors, Implementierungs-Services, das heißt, wir sind nicht nur Bildpartner der SAP, sondern auch Service-Partner und können Sie hier dementsprechend auch unterstützen, um dementsprechend die verschiedenen Module aus dem Bereich Compensation und Benefits, also Mitarbeiter-Learning und Weiterentwicklung, auch Recruiting-Onboarding-Prozesse letztendlich darüber dann abzubilden, bis hin zu den klassischen Core-Themen, also Stammdatenverwaltung, Organisationsstruktur und damit einhergehend auch eine gewisse Form des Reportings über People Analytics. Genau, dann im dritten Bereich, die Out- und Compliance-Tools. Hier sind wir wieder Produkthersteller, alles also voll integriert im SAP-System. Die Out- und Compliance-Tools beziehen sich primär auf die Abrechnungs- und die Stammdatenprüfung und laufen sozusagen direkt in Ihrem SAP-HCM-System oder das kann auch ein HCM-4S4-HANA sein, also ein H4S4-System oder dann dementsprechend vielleicht, wenn Sie da sehr weit vorne denken, ein Employee-Central-Payroll-System, wo man dann letztendlich mit den Prüfinweisen oder Prüfregeln der Centric dementsprechend die Compliance in der Abrechnung letztendlich sicherstellen kann. Ja, und zu guter Letzt dann das Thema Digitalisierung und Scan, denn wenn man natürlich eine digitale Personalakte einsetzen möchte und wir haben gesehen, einige Prozent nutzen heute nach wie vor noch Papier, dann müssen wir natürlich auch schauen, wie kommen wir denn überhaupt in eine digitale Arbeitsweise und da ist hier primär natürlich die Bestandsaktendigitalisierung ein Thema, also bieten wir dort an der Stelle Services an und auch das Alltagsscannen über eine Scanner-Applikation, eine Integration in ein Multifunktionsgerät zum direkten Scannen in die digitale Personalakte. Und mit diesen Modulen und Produkten stellen wir sozusagen letztendlich eine gesamthafte Lösungswelt zur Verfügung innerhalb sozusagen der SAP. Das heißt, wir sehen ganz oben jetzt mal entlang hier das Mitarbeiter-Lebenszyklus beispielhafte Ereignisse abgetragen, die Sie natürlich in irgendeiner Form mit Software unterstützen müssen, also ein Bewerbungsmanagement, eine Form der Einarbeitung, irgendwie eine Weiterbildung und auch persönliche Entwicklung von Mitarbeitern bis hin natürlich dann eben dementsprechend von Gehalts- und Bonuszahlung und auch gewissen Änderungen entlang des Mitarbeiter-Lebenszyklus, also mal eine Reduktion oder der Arbeitszeit, eventuell Gehaltsanpassungen und, und, und. Also da gibt es ja verschiedenste Anwendungsbeispiele. Bis hin nachher dann eben zum Unternehmensaustritt und wir letztendlich unterstützen Kunden dabei mit unseren Dokumentenprozessen oder ganz oben, wie gesagt, im Bereich Autoncompliance in der Abrechnung, diese Prozesse oder diese Ereignisse, die führend in SAP-Software abgebildet werden, bestmöglich zu ergänzen, zu erweitern, eben um diese Komponente Dokument. Ja, dass wir also dementsprechend mit Informationen aus dem Recruiting-Modul Arbeitsverträge zum Beispiel erzeugen können über den Centric-Document-Bilder, aber dann dementsprechend bei Einstellung auch die ganzen Dokumente, die also in dem Recruiting-Modul liegen, also ein Lebenslaufen, ja, anschreiben, eventuell vielleicht gewisse Formen der Zeugnisse oder Nachweise, all diese können automatisiert dann in der digitalen Personalakte nachher abgelegt werden und dort zentral DSGVO-Konform verwaltet werden. Und wie schaffen wir das an der Stelle, da diese, ja, nahtlose Integration und zwar haben wir hier eine besondere Architektur, da ist der Jochen gerade auch schon zum Teil darauf eingegangen und zwar die Business-Technology-Plattform ist eben die zentrale SAP-Cloud-Plattform und hier als Partner nutzt zentrik dann diese Services, um eigene Produkte zu entwickeln. Und somit können wir uns eben sowohl in ein HCM-On-Premise-System als auch in eine SuccessFactors-Landschaft integrieren und das ist hier nicht ausschließend, das heißt nicht entweder oder, sondern man kann eben doch hybrid sozusagen hier Integrationen ermöglichen. Und was bedeutet Integration am Ende des Tages? Also natürlich einmal eine visuelle Integration, das sehen wir gleich, also die Benutzeroberfläche ist sozusagen einheitlich, aber eben auch das Thema Stammdaten zum Erzeugen einer digitalen Personalakte oder um diese dann in ein Dokument zu übernehmen. Das heißt, alle in SAP gehaltenen Stammdaten oder Daten zu Mitarbeitern können eben dementsprechend auch in Dokumente überführt werden, um ein beispielsweise Dokument zu erzeugen. Dann das Thema Berechtigungs- und Rollen wird integriert betrachtet. Das bedeutet, die bereits im SAP oder im SuccessFactors bestehenden Berechtigungsstrukturen werden übernommen in Centric und somit hat man auch ein einheitliches Berechtigungskonzept. Und genau, ich hatte es schon angesprochen, Dokumente können automatisiert übernommen werden und Prozesse können integriert laufen. Was bedeutet ein Prozess? Also zum Beispiel eine Arbeitszeitreduktion im führenden System erzeugt automatisch einen Dokumentenerstellungsprozess, wo also eine Vorlage mit Daten beschrieben wird, etc. So, und das Schöne ist jetzt hier, die Dokumente, die in Centric Employee File archiviert werden, die können dementsprechend auch direkt in KGS-Tier letztendlich über CMS oder CMS abgelegt werden. Wir sehen hier nochmal eine etwas detailliertere sozusagen Darstellung der Architektur. Das bedeutet, wir sehen das hier, ich aktiviere einfach mal den Laserpointer, dass dementsprechend hier die Dokumente dann in dem Tierarchiv liegen können, aber führend eben in einer Benutzeroberfläche, die wirklich dann mit SuccessFactors und SAP einheitlich ist, verwaltet und aufgerufen werden können. Und somit wird man dann sozusagen einer Anforderung, einer hybriden Systemlandschaft bestmöglich gerecht. Und über die OData-Integration können wir dann dementsprechend die Integration in die führenden Stammdatensysteme, also wahlweise ein SuccessFactors oder ein SAP HCM-System vornehmen. Genau. Ansonsten, wir bieten natürlich auch für Kunden eigene Systeme oder dementsprechend Centric andere Partner-Erweiterungs-Apps, sozusagen wie DocuSign oder dementsprechend unsere Scanner-Integration, bieten wir dann eine REST-Schnittstelle an oder wir können auch von einem Austauschlaufwerk Dokumente massenhaft importieren über so ein SFTP- oder WebDAV-Format. Ja, und wie sieht das aus? Das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit wirklich, die Centric Personalakte, wie wir sie jetzt hier mal als Screenshot sehen, aus allen Systemen, die es aktuell so, oder Oberflächen, die es aktuell im SAP-Umfeld noch so gibt, also die SAP GUI, klassisch natürlich für das HCM-System, aber dann eben auch in einer Fiori-Launchpad-Umgebung direkt als SuccessFactors-Integration oder wenn sie sehr weit sind sozusagen und auch mit Workzone schon zu tun hatten, auch hier als unternehmensweites Portal sozusagen, ließen sich die Centric-Lösungen hier integrieren. Und das möchte ich Ihnen auch tatsächlich noch mal live zeigen. Aufgrund der ersten technischen Startschwierigkeiten vielleicht ein ganz kleines bisschen kürzer, aber nichtsdestotrotz, Sie sehen jetzt hoffentlich meinen Browser. Und genau, das ist also der Einstiegspunkt, die sogenannte SuccessFactors Homepage. Also hier der Einstiegspunkt in alle möglichen SuccessFactors-Module, die es so geben kann an der Stelle. Also über Recruiting bis hin danach eben zum Organisationsmanagement oder eben auch gewissen Auswertungen und unterdrückt. Und Centric verhält sich hier letztendlich wie eines der SuccessFactors-Module. Das zeige ich Ihnen an der Stelle einfach mal, indem wir jetzt hier uns eine Mitarbeiterin aussuchen und hier einfach mal das gesamte Profil uns anschauen. Das heißt hier die Stammdaten, die zu Jana Eichhorst, unserer Beispiel-Mitarbeiterin, gepflegt wurden. Und man sieht jetzt hier die verschiedenen Abschnitte. Und hier hat man dann die Möglichkeit, gewisse Maßnahmen zu ergreifen. Und Maßnahmen können jetzt eben sein, dass ich zum Beispiel eine Versetzung anstoße. Das ist also SuccessFactors-Standard. Aber eine Maßnahme kann auch sein, dass ich mir die zugehörigen Dokumente letztendlich aufrufe. Und das machen wir an der Stelle einfach mal und öffnen hier die Centric-Personalakte. Und ich möchte das jetzt hier ganz kurz einmal zu Demo-Zwecken so ein bisschen zusammenschieben, so dass Sie wirklich sehen, wie integriert das auch von der Benutzeroberfläche ist. Das heißt, Sie sehen jetzt hier die Schriftarten, die Art, wie die Pfeile aussehen etc. Alles ist komplett Fiori-Standard. Jetzt hier auch die neueste Fiori-Version, das sogenannte Morning Horizon Theming. Und dementsprechend ist alles aus einem Guss am Ende des Tages. Genau, das wäre jetzt mal ein einfacher Weg. Letztendlich hier Dokumente auch zur Jana Eichhorst zu recherchieren. Ich mache es jetzt einfach mal noch ein bisschen größer. Und wir können an dieser Stelle dann uns entweder die gesamte Ordnerstruktur einfach mal anschauen, inklusive auch der leeren Register, die eventuell, also aktuell nicht befüllt sind. Das heißt, wir sehen, wie viele Dokumente sind in jedem Ordner. Und genau, diese Struktur kann eben kundenindividuell aufgeprägt werden, wobei Centric da auch einen Best-Practice-Ansatz hat und auch da schon gewisse Werte halt mitbringen kann. Und das Schöne ist jetzt wirklich, auf dieser sehr benutzerfreundlichen Oberfläche kann ich jetzt hier an der Stelle suchen und finde zum Beispiel ein Dokument im Volltext. Einfach nur hier Bewerbungsunterlagen, das scheint wahrscheinlich ein Lebenslauf zu sein. Und wir finden hier den Wortbaustein Franz aus dem Gesamtwort Französisch im Volltext. Und wenn wir jetzt auf das Dokument heraufklicken, wird es angezeigt. Und ich kriege also als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nicht mit, dass dieses Dokument jetzt sozusagen physikalisch im KGS-Tierarchiv archiviert wurde, habe aber eben diese sehr fokussierte und SuccessFactors integrierte Oberfläche und brauche hier an der Stelle keinen gesonderten Client auf irgendein weiteres DMS-System oder Sonstiges. Und wie sieht das jetzt aus, wenn ich hier mal ein Dokument einbringen möchte? Das können wir an der Stelle auch einmal tun. Ich gehe jetzt hier über diesen Plus-Button, wenn ich jetzt ein Einzeldokument in die Akte von Jana Eichhorst einbringen möchte. Wir gehen hier über das Durchsuchen und hier nehmen wir jetzt einfach mal ein Arbeitszeugnis. Ich öffne das einfach hier mal mit Rechtsklick ganz kurz, um Ihnen das zu zeigen, im PDF-Viewer. Und hier sehen wir jetzt eben dieses Arbeitszeugnis und wir können uns ja einfach mal das Wort Kundenbetreuung zum Beispiel merken. Das heißt, ich wähle dieses aus, öffne es an dieser Stelle und hier wird es mir jetzt angezeigt und ich kann jetzt den jeweiligen Dokumenttyp hinzufügen. Was ist das jetzt? Und ich kann auch einfach danach suchen und mir werden in dieser Best-Practice-Aktenstruktur zwei verschiedene Zeugnistypen schon vorgeschlagen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal das Abschlusszeugnis und wir sehen auch die Benennung ist jetzt hier eins zu eins schon übernommen worden. Das Ganze kann in mehreren Sprachen erfolgen, wenn diese gepflegt sind, sodass er dann auch automatisch schon die Übersetzung sauber pflegt. Gleichzeitig können wir auch hier das Datum, welches ja nachher vielleicht auch löschfristenrelevant ist, je nach Dokumenttyp auswählen in einer sehr einfachen Benutzeroberfläche. Und wir sehen auch hier hat sich die Namensgenerierung schon angepasst. Und jetzt können wir dieses Dokument hochladen und finden es direkt in der Personalakte der Jana. Und wenn ich jetzt hier einfach mal nach Kundenbetreuung suche, finden wir es direkt schon wieder im Volltext. Und kriege jetzt gar nicht groß mit, dass dieses Dokument im Hintergrund archiviert wurde. Genau. Was ich Ihnen dazu noch zeigen möchte, ist hier mal für Demo-Zwecke ein übergreifendes Launchpad. Das ist hier also auch noch über die SuccessFactors Homepage. Vielleicht zeige ich das an der Stelle auch nochmal ganz kurz. Ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Genau. Können Sie auch direkt über die SuccessFactors Homepage unsere Produkte aufrufen. Und für Demo-Zwecke haben wir mal ein übergeordnetes Launchpad mit verschiedenen Komponenten für die Personalakte. Also hier mal wirklich ein Reporting mit Kennzahlen etc. Sind meine Akten vollständig? Welche Dokumente sind gelöscht worden oder werden gelöscht? Und, und, und. Aber hier könnte ich jetzt auch wieder über die Mitarbeitersuche gehen. Ich könnte in meine Aufgaben gehen. Aber ich kann auch in eine übergreifende Suche gehen. Und, dass ich hier jetzt zum Beispiel nochmal einfach nach Lorem Ipsum Dokumente suche und finde jetzt hier verschiedene Dokumente. Und das dementsprechend auch aktenübergreifend. Ja. Jetzt gibt es Lorem Ipsum Dokumente derzeit offenbar nur in der Akte von Jana Eichhorst. Aber dementsprechend kann ich hier mitarbeiterübergreifend im Volltext meine Dokumente wiederfinden. Und diese auch gemäß dem Dokumenttyp einschränken. Nochmal zurück. Ein letzter Punkt, den ich Ihnen hier noch zeigen möchte, ist das Thema Dokumentenindexierung. Wenn man jetzt mehrere Dokumente hat. Und jetzt ziehe ich hier einfach per Drag & Drop mal ein Dokument rein. Ein Anschreiben Gehaltserhöhung. Ziehe dieses hier in diese, ja, Vorschau, in diese Warteschlange. Und das Dokument wird jetzt hier angezeigt. Ich kann mir dieses dann dementsprechend auch noch visualisieren und kann gucken, okay, von wann ist dann das Dokument? Zum Beispiel hier 16.8.21. Und kann hier jetzt dann dementsprechend zusortieren. Und in diesem Posteingangskorb können wir dementsprechend auch scannen. Ja, das mag jetzt hier vielleicht eine Vertragsergänzung sein. Gehen wir mal mit sonstiger Vertragsergänzung. Wählen wir das Datum noch aus für 2021 im August. Und das war der 16. Und können jetzt hier dementsprechend, unsere Dateibezeichnung wird wieder automatisch generiert, wenn ich das aktiv habe. Und ich kann jetzt hier überindexieren, dieses Dokument hochladen in die jeweilige Akte. Genau. Das sind mal so die Wege, wie gesagt. Und jetzt im Hintergrund legt dann unser System dieses Dokument in das KGS-Tier Archiv ab. Genau. Kommen wir wieder zurück zur Präsentation. Hier vielleicht nochmal ein, zwei Punkte. Einfach so als Highlight in der Zusammenfassung. Das heißt, Sie haben in der Kombination Centric Employee File mit KGS-Tier eben eine zukunftsfähige Architektur. Das heißt, das ist speziell abgestimmt, auch mit dieser BTP-basierten Personalakte, auf eben hybride Systemlandschaften. Ja, wir leben ja in einer Zeit des Wandels, gerade jetzt im HR-Kontext bei SAP oder auch was die SAP Roadmap angeht. Das heißt, Sie haben heute vielleicht ein HCM-On-Premium-System und wissen, irgendwie brauchen Sie da demnächst eine Alternative. Egal, ob das jetzt ein H4S-System oder ein SuccessFactors ist. Und vielleicht sind Sie ja auch schon etwas weiter fortgeschritten und haben schon ein SuccessFactors-System, aber für Payrollzwecke nach wie vor ein HCM-System. Und hiermit sind Sie eben zukunftssicher und haben Investitionssicherheit, dass je nachdem, wie Ihre Strategie dann in den nächsten Jahren aussieht, die Personalakte nicht wieder ablösen müssen. Dann haben Sie die beste, umfassendste am Markt erhältliche Integration in SAP SuccessFactors, HCM. Und das wird auch jedes Jahr erneut durch SAP zertifiziert. Das heißt, wirklich ein Prüfer der SAP prüft jedes Mal die Architektur und auch die Integration unserer Produkte und zertifiziert diese. Das Retention Management ist nicht unternehmensweit jetzt, sondern wirklich speziell auf Anforderungen. Das heißt, Sie können wirklich pro Dokumenttyp ganz individuell die Gültigkeits- und auch Löschfristen in der Personalakte aussteuern. Und diese werden an das Archivsystem mit übergeben, sodass Dokumente auch gelöscht werden können, sodass wir hier DSGVO-konform unterwegs sind. Dann natürlich ein Highlight, was ich vorhin angesprochen hatte, diese fachbereichsfokussierte Oberfläche. Wer also mit SuccessFactors sich schon wohlfühlt im Umgang, der braucht keine Schulung für Centric. Das funktioniert mehr oder weniger automatisiert durch einfach dieses einheitliche, durch diese einheitliche Benutzeroberfläche im Fiori-Log & Feel. Genau, und trotzdem, obwohl Sie eine sehr fachbereichsfokussierte Oberfläche mit zahlreichen fachbereichsfokussierten auch Funktionen haben, haben Sie trotzdem eine zentrale und unternehmensweit einheitliche Dokumentablage, idealerweise sozusagen dann aus IT-Sicht, sodass Sie da nicht verschiedene Systeme administrieren müssen und da dementsprechend vorhalten müssen. Ja, und das Ganze ist natürlich revisionssicher, sodass wir da in der Akte auch Audit-Trails haben. Wir sehen also die Bearbeiter-Historie und Dokumente können natürlich auch unveränderbar dementsprechend vom Dateiformat archiviert werden. Genau, wenn Sie da Fragen zu haben oder Interesse daran haben, sprechen Sie uns sehr gerne an. Dann können wir da auch auf Ihre dedizierten Rückfragen eingehen. Ansonsten, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann haben wir sicherlich den Chat im Blick und dann können wir auf Ihre Fragen hier jetzt live eingehen. Ja, vielen Dank, Philipp, für die Einführung in die digitale Personalakte von Centric. Auch wenn wir jetzt schon ein bisschen über der Zeit sind, will ich trotzdem noch die Möglichkeit geben, dass Sie Fragen stellen können. Allerdings würde ich darauf hinweisen, alle Fragen, die Sie zu TIA oder KGS haben, würden wir gerne im Nachgang per E-Mail beantworten, damit wir jetzt hier auf unserem Arbeitsplatz nicht so rumrutschen müssen. Aber wenn es zu Centric und der Personalakte noch Fragen geht, dann können Sie die hier gerne noch platzieren. Vielen Dank. Dann zwischendurch vielleicht eine Frage, Philipp. Es wurde schon öfters die Frage gestellt, ob es Referenzen oder Kundenprojekte gibt zwischen Centric und TIA, die wir benennen können und die wir beispielhaft zeigen können. Ja, sehr gerne. Also es gibt eine Referenz. Den Kundennamen dürfen wir aufgrund eines Geheimhaltungsvertrags nicht nennen. Es handelt sich aber um eine deutschlandweit bekannte Marke im Bereich Kaffee und auch Einzelhandel. Da gibt es eine Erfolgsstory, einen Projektbericht, wie gesagt anonymisiert, aber diesen können wir Ihnen gerne auch mal zur Verfügung stellen bei Bedarf. Genau. Also wenn da Interesse besteht, diesen Case Study, diesen Anwendungsbericht, den haben wir auch formuliert. Den können wir auch gerne zur Verfügung stellen. So, falls es jetzt keine weiteren Fragen gibt, wie schon gesagt, die Fragen zum Thema TIA und KGS würden wir gerne im Nachgang beantworten. Und ja, liebe Teilnehmende, vielen Dank, dass Sie trotzdem an unserem Webinar teilgenommen haben, obwohl es heute etwas holpriger startete. Und ich kann Sie auch schon wieder zum nächsten Webinar einladen, dort mit unserem Partner NTT Data. Dort wird aber das Webinar von unserem Partner gehostet. Das findet am 23. Juli statt und das machen wir in Vorbereitung unserer Teilnahme als Sponsor bei der Veranstaltung von NTT in Bonn im September der Transformation Now 2024. Also Sie können gespannt und interessiert bleiben. Wir werden Sie sicherlich bald zu diesem Webinar einladen und dann können Sie auch gerne wieder mit dabei sein. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt, dann würde ich mich für Ihre Teilnahme bedanken, für Ihr Interesse. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen zu einem weiteren Webinar von Funfast Focus Plus. Vielen Dank und noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Tschüss. Danke. 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 Danke.